In diesem Video zeigen wir euch unsere Top 5 Brettspiele von Skellig Games. Und bleibt natürlich bis zum Ende dran, denn es gibt wieder was zu gewinnen. Hallo, hier sind die Hausis, Tanja, Thorsten und Familie Enterich. Ja, und wir haben heute, lasst uns mal so rechnen, heute ist der fünfte Teil unserer Top-Listen. Ja, wir haben da fast die Hälfte, ne? Ja, wir haben es schon fast, ja, die Hälfte, ich wollte, geschafft haben, was nicht? Die Hälfte haben wir bald schon. Und ja, ihr seid natürlich bestimmt interessiert, was unsere Top 5 Brettspiele von Skellig Games sind. Und ja, wir haben es natürlich wieder nicht so leicht gehabt, aber wir haben uns natürlich entschieden und unsere 5 gekürt, jeder wieder für sich. Und ja, jetzt fassen wir das Ganze zusammen und wir sind natürlich gespannt, was ihr davon haltet. Und ja, wie wir schon gesagt haben, ihr könnt natürlich wieder was gewinnen und die ganzen, ja, die ganzen Bedingungen zu dem Gewinnspiel, die stehen unten, ja, in der Infobox. Da könnt ihr nachlesen, wie die ganze Verlosung funktioniert. Und wir können schon sagen, der große Stichtag der Verlosung wird am Dienstag, jetzt kommenden Dienstag sein. Und 19 Uhr, also direkt mal im Kalender vermerken. Und ja, kurz gesagt, ihr könnt gewinnen mit einem Hashtag und dann der Nennung des Spiels, das wir verlosen. Das halten wir vorher in die Kamera. Ihr müsst also genau gucken, welches Spiel wir in die Kamera halten. Genau, wichtig dabei, ihr dürft euch eins der Titel, die wir euch dann in die Kamera zeigen, die es zu verlosen gibt, aussuchen, was ihr vielleicht gewinnen wollt. In jedem Video immer nur einen Titel zur Auswahl. Genau. Ihr könnt aber natürlich bei mehreren Videos mitmachen. Das ist erlaubt in dieser Serie. Und ja, das Einzige, was noch zu sagen ist, der Gewinner müsste bei den Versandkosten 5 Euro dazu tun, weil wir sind ja ein kleiner Kanal und wir haben jetzt so eine Menge an Spielen. Also insgesamt haben wir, ich glaube, über 40 Spiele. Ganz genau werden wir es euch noch in den nächsten Tagen sagen, wie viele Spiele es genau sind. Aber es sind über 40 Spiele und ja, die Versandkosten können wir als kleiner Kanal natürlich nicht zahlen. Und ja, da haben wir das halt so gemacht, dass ihr was zahlt, wir zahlen was und dann, ich glaube, dann freut ihr euch auf jeden Fall. Ja, soviel erstmal dazu. Und jetzt wollen wir nicht lange rumschnacken. Wollen wir direkt loslegen, würde ich sagen. Wir legen direkt los und heute würde ich sagen, fang du mal an. Fang ich an. Ich muss jetzt erstmal fairerweise sagen, ich habe gecheatet auf der Liste. Ich habe tatsächlich auf Platz 5 zwei Titel. Was? Den Tanja-Joker gezogen? Ihr werdet auch sehen gleich, warum. Ich habe mich bewusst für zwei Titel auf Platz 5 entschieden. Einfach all dieweil zum einen super viele Spiele von Skeletc Games, die ich sehr gerne spiele. Aber ich mir auch sehr schwer getan habe, auf Platz 5 nur einen Titel zu nehmen. Denn pandemiebedingt haben wir viel zu zweit gespielt. Dadurch habe ich einen Titel ganz besonders kennen und lieben gelernt, den man nur zu zweit spielen kann. Und eins, was man halt sogar Solo spielen kann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch zwei bis vier Spieler spielen kann. Das heißt, das ist also für jedermann eigentlich vielleicht was. Da komme ich gleich drauf zu sprechen, wenn ich die Spiele vorstelle. Fangen wir mit dem Kleinen an. Zwei-Personen-Spiel, fugitiv, hübscher kleiner Magnetkoffer. Wir haben eigentlich nur eine Handvoll Karten mit Verstecken drauf, die vom Design her, von der Optik her sehr schön ausschauen. Das ist nämlich das Ganze so ein bisschen an einem Film mit Tom Hanks, Catch Me If You Can. Wenn vorne im Vorspann diese gezeichneten Figuren da irgendwie da auf der Flucht sind und jemand verfolgt ihn. So ein bisschen erinnert mich das Artwork halt daran. Stimmt vielleicht nicht unbedingt, aber es erinnert mich daran. Thematisch zwei Personen, einer ist der Schurke, der möchte fliehen, der andere ist der Polizeichef oder die Polizeichefin und verfolgt ihn. Es ist ein Direktionsspiel. Wir haben eine verdeckte Kartenauslage, wo immer nacheinander, immer jede Runde der Schurke eine bis zwei Karten dazulegen kann, um seine Verstecke zu markieren. Er muss von 00, die sind alle Karten durchnummeriert, bis zum Flughafen 42 Karten legen. Maximal drei Nummern Differenz dürfen es ja sein. Und wenn er dann seine Karten verdeckt gelegt hat, dann ist die Polizeichefin dran. Die hat einen kleinen abwischbaren Notizblock, wo die Nummern alle draufstehen. Mit dem Stift kann sie dann abhaken, welche Karten vielleicht schon bekannt sind, weil sie auch jede Runde eine Karte aufdecken kann für sich. Und sieht, okay, das Versteck kann er nicht haben, weil das habe nur ich. Die Karten sind alle nur einmal da. Und dann darf sie dann eben halt entsprechend der Auslage deduzieren, abschätzen, wo er sich sein kann. Entweder nicht ein Versteck oder mehrere Verstecke. Da war ich eigentlich auch ganz gut, ne? Da warst du meistens ganz gut. Es war aber auch immer sehr spannend, tatsächlich. Ja. Und dann nenne ich halt eine Verstecknummer. Wenn ich richtig liege, muss diese aufgedeckt werden. Und dann habe ich schon mal weitere Sachen aufgedeckt, um zu sagen, jetzt komme ich auf die Schliche. Denn ich als Polizeichef gewinne oder Polizeichefin gewinne hier, wenn ich alle Verstecke aufdecke, bevor der Schurke auf Seite 42 kommt. Der Schurke hat noch so ein kleines Gimmick. Er kann halt noch ein bisschen sprinten. Die Mechanik wird euch dann später im Spiel in der Spielregel erklärt. Was mir hierbei noch sehr gut gefällt, was wir noch gar nicht gespielt haben. Hier drin sind auch noch Ereigniskarten, so die dann nochmal das Spiel noch ein bisschen mehr Würze verleihen, wie ein Polizeisuchhund oder aber auch was Gutes für den Schurken, weil auf einmal Menschengedränge da ist, wo er untertauchen kann oder so. Wir haben es tatsächlich bis jetzt nur in der reinen Basis-Saison gespielt. Aber auch das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich mag einfach die Zeichnung. Ich habe es, glaube ich, ja gerade schon gesagt. Es erinnert mich einfach wirklich tierisch an diesen Film Catch Me, wie wir kennen. Vorne vom Vorspann. Es passt auch schön in so eine Handtasche rein. Von der Größe her finde ich das optimal auch für unterwegs, für Urlaub. Ja, also ein bisschen Platz braucht man in der Tischauslage, weil man natürlich dann irgendwo von links nach rechts Karten aufdecken muss. Aber ja, vielleicht für den Zug, für den Klapptisch nichts, aber in der Ferienwohnung oder eben halt irgendwo in einem Wohnwagen oder so mit dem Tisch durchaus ja. Und ich mag es einfach zu spielen. Und ich finde auch einfach echt die Optik schön, so wie dieser kleine Aktenkoffer halt mit Magnetschluss. Ja, schöner fünfter Platz. Ach, du hast ja noch ein Spiel auf dem fünften Platz. Ja, soll ich den direkt mitmachen? Ja, kannst du zurück mitmachen. Dann, ja, der große Titel, von dem ich gesprochen habe, ist in den Hallen des Bergkönigs oder in der Halle des Bergkönigs heißt es genau. Wie gesagt, sogar 1 bis 5 Spieler können mitspielen ab 12 Jahre, 90 Minuten. Ich glaube, wir haben im Schnitt immer etwas länger gebraucht. Wir haben länger gespielt, ja. Aber mir persönlich ist das egal. Ja, hier geht es tatsächlich darum, wir haben ja ein dickes Paket mit Menge Material. Fangen wir vielleicht mit Material an. Wir haben Plättchen, womit wir Tunnel in den Berg graben, um unsere Schätze als Trolle wiederzuerlangen, um Säulen aufzustellen, um die Hoheit unseres Stammes oder der Stämme wieder herzustellen. Wenn wir bestimmte Abschnitte ausgegraben haben, können wir da sogar Schatzkammern einrichten, um Sondersiegpunkte bekommen. Das Ganze hat einen sehr ausgeklügelten Draftmechanismus, offener Draft, weil ich jede Runde erstmal einen Troll ziehen muss, den ich bei mir in meine Auslage lege. Und das Ganze pyramidenartig, wo dann am Ende kaskadienartig von oben nach unten die Rohstoffe getriggert werden. Wir haben Holzrohstoffe dabei. Und was mir hier echt so gut gefällt dabei ist, wir haben hier sogar noch zwei Mini-Erweiterungen drin. Einmal die Champions, das gibt direkt für einen Anfang so asymmetrische Startvoraussetzungen, weil jeder Troll-Champion-Anführer halt was Besonderes kann. Und wir haben den Verfluchten Berg noch da mit drin, das ist die kooperative Variante, wodurch das Spiel auch Solo spielen könnte. Wir haben es jetzt bereits schon mehrmals gespielt, zu zweit, zu dritt und zu dritt auch einmal in der Kooperativvariante und einmal dagegen. Deswegen kann ich durchaus sagen, zu zweit, weil man das gleiche Spielfeld hat, kommt man sich nicht immer unbedingt ins Gehege. Das heißt dann, da würde man, wenn man gegeneinander spielt, jeder für sich selber so ein bisschen was bauen, weil der eine links anfängt, der andere rechts. Zu dritt wird dann dieser kompetitive Gedanke etwas interessanter, weil man durchaus schon dann an die Tunnel der anderen anstößt. Zu zweit würde ich, glaube ich, dann die kooperative Variante spielen und ab drei Leuten durchaus dann gerne, wenn man das möchte, eben halt dann gegeneinander was spielen. Ach, guck mal, was da noch ist. Du hast das vergessen. Ja. Jetzt habe ich dir mal das hier übergeben als Nummer. Ja, ich bin es nicht gewohnt, das Nummer-Girl zu sein, der Nummer-Boy, denn jetzt an der Stelle natürlich gibt es tatsächlich für euch schon das erste Spiel zu gewinnen mit ein bisschen Glück. Hashtag Futschitiv. Dann könnt ihr dieses echt tolle Zwei-Personen-Spiel bekommen und gewinnen, wenn ihr, wie gesagt, kleine Zwei-Personen-Spiele mögt, die schnell gespielt sind und Dedutionsspiele sind. Ja, genau. Viel Erfolg. Dann dein Platz für mich, ich bin gespannt. Ja, mein Platz 5. Hast du es auf deiner Seite liegen? Genau. Ja, Big Monster. Haben wir, als das rausgekommen wird, haben wir sehr viel gesuchtet, müssen wir sagen. Oh ja. Also, das haben wir sehr viel gespielt und wir haben es auch in größerer Runde gespielt, wir haben es miteinander gespielt, gegeneinander gespielt. Also, wir haben verschiedene Variationen ausprobiert bei dem Ganzen, im Team. Genau, wollte ich gerade sagen, also miteinander bezieht sich halt auf Teamspiele. Genau, genau, im Team. Und ja, ich finde, das Spiel nach wie vor macht es mir Spaß, wobei im Laufe der Zeit habe ich hier und da schon gemerkt, dass mir so ein paar Sachen, ja, mir gefällt es halt mittlerweile besser, wenn man das halt auch mit mehreren Leuten spielt. Zu zweit bin ich nicht mehr ganz so angetan, aber er hat es immer noch auf den fünften Platz geschafft. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was halt auch Abwechslung reinbringt durch die, ja, durch das Ziehen, durch das Draften der Plättchen. Das macht mir sehr viel Spaß. Also, ich bin ja sowieso jemand, der auch gerne diese Mechanik, mittlerweile wisst ihr das ja vielleicht, ich mag diese Mechanik, sei es bei Karten oder jetzt hier bei Plättchen. Das sind ja dann, sind das jetzt Plättchen oder sind das Karten? Es sind Plättchen, es ist dicke Pappe und deswegen sind keine wirklichen Karten, es sind schon Plättchen. Genau. Und man muss halt gucken, dass man, ja, man kann hier seine Ziele verfolgen, dass man halt schnell die Sonderpunkte erreicht und man kann natürlich gleichzeitig gucken, dass man den einen oder anderen natürlich, je nachdem, wie viele Leute man das spielt, dass man halt dann doch das Spiel ein bisschen versaut, indem man halt, wenn man jetzt gerade in der Auslage ein Plättchen gar nicht gebrauchen kann oder keins der Plättchen, dann schaut man natürlich als zweites, welches Plättchen kann ich vielleicht wegnehmen, damit der andere es nicht kriegt. Finde ich eigentlich immer ganz witzig bei dem Spiel, dass man halt auch sich gegenseitig ärgern kann. Ja, das ist bei mir auf den fünften Platz gekommen und mir gefällt es nach wie vor. Dann würde ich jetzt dazu gleich direkt was sagen, wenn ich zu meiner Platz 4 komme, dann kann das Spiel nämlich direkt hier bleiben, weil Big Monster ist nämlich meine Platz 4 in der Top 5 von Skellic Games. Warum ist es Platz 4 geworden? Du hast schon vieles dazu gesagt, wo ich dir zustimme. Zusätzlich möchte ich sagen, gefällt mir hier einfach die Widerspielbarkeit in Form der Varianzli, wie wir hier drin haben. Du hast schon ein bisschen was angesprochen. Wir können gegeneinander spielen, wir können im Team spielen, wenn wir eine gleiche Spieleanzahl haben, bis im Übrigen 6 Spieler können spielen. 6 Spieler, ja. Ab 2 Leute. Und es gibt zusätzlich noch die Situation, dass wir hier dann auch einen sogenannten Duellmodus spielen können. Bei 2 Personen oder 3 Personen gibt es den Duellmodus, bei 2 eigentlich nur den Duellmodus. Das ist dieses offene Draften, wo du schon gerade ja gesagt hast, das gefällt dir jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut, weil du das schon so oft gespielt hast. Genau, wenn man zu zweit ist, dann ist es nicht mehr ganz so würzig. Weil man dann einfach nur auf einer Auslage hat, wo ich eins ziehe, eins wegnehme und das ist der Duellmodus. Den kann man auch so zu dritt spielen. Viel interessanter wird ab 3 Leuten tatsächlich dann dieser kleine Echtzeitgedanke da mit drin, weil wir drafen von einem Plättchenhand, ein Plättchen legen es ab, geben das andere zu einem beliebigen Spieler weiter, der auf seinem Ablagefeld, das sind so kleine Raumschiffe, noch frei ist. Und wenn zum Schluss unter Umständen ein Spieler über ist, der zu langsam war, weil er zu lange überlegt hat und seine Plättchenhand, die er abgeben müsste, nirgends von mir abgeben kann, außer bei sich selber, dann kriegt er so ein kleines Märkchen, was am Ende des Spiels dann minus 5 oder minus 10 Punkte sogar bringt. Das finde ich, gibt es eine richtig würzige Sache dabei, wenn ich mir vorstelle, wir haben es ja auch zu viert, ja auch so in dem Setting gespielt. Ja, wir haben es zu viert, also als Team-Variante gespielt. Oder auch zu 6, glaube ich, hatten wir es doch mal gespielt. Wir hatten auch einmal eine 6er-Partie. Da ging es ganz schön heiß her. Da ging es heiß her, weil man dann wirklich schnell sein wollte, um nicht diesen minus 10 Punkte am Ende des Spiels zu haben. Und das war dann schrecklich, wenn man dann doch im Team war, wo einer dann zu lange überlegt hat. Das kann dann, ja, wenn man selbst gut war und der andere hat dann zu lange überlegt, warum überlegt der doch, warum überlegt der doch, ja, wups, passiert. Also das waren schon richtig schöne, witzige Emotionen dabei, wenn man dann mit dem Team gespielt hat. Zusätzlich finde ich das hier schön, ich habe die Varianz angesprochen, wir haben halt verschiedene Sets an Monsterplättchen, die auf der Rückseite immer durch irgendwie so ein Geländesymbol gekennzeichnet sind. Und du hast halt je nach Spielanzahl eigentlich immer nur so 2, 3, maximal 4 der Sets drin und ich glaube 8 Sets sind drin. Das heißt, du kannst durchaus untereinander dabei kombinieren. Und, naja, ich finde die Monster sind auch süß gezeichnet. Die sind total knuffig, also das auf jeden Fall. Also knuffig sind sie auf jeden Fall und dann kriegen sie auch einen Extrapunkt für Knuffigkeit, ja, auf jeden Fall. Anleitung ist vielleicht ein bisschen, aufgrund der vielen Varianzen, die wir haben, ein bisschen gewünsbedürftig zum Lesen. Und gerade wenn man das Spiel das erste Mal vielleicht spielt und das noch nicht gespielt hat und die Regen sich vielleicht selber aneignen möchte, da habe ich am Anfang so ein bisschen, wirklich erstmal so ein paar Proberunden für mich selber gebaut, zum Aufbau wirklich zu verinnerlichen, was meinen die damit tatsächlich. Aber wenn ihr das dann wirklich geschafft habt, habt ihr dann richtig spaßige Spiele, wenn ihr auf schnelle Spiele mögt und auch Draften mögt, was dann auch da schnell gemacht sein muss. Genau. Vor allen Dingen ja, wie wir schon sagten, am besten halt mit mehreren Leuten, also ab drei aufwärts. Ja. Meine Platz vier. Ja, schöne Platzierung. Und jetzt spiele ich wieder das Nummern-Girl. Also, wenn ihr Monster mögt und wenn ihr, wie gesagt, ja, Draften mögt von Plättchen, dann seid ihr jetzt hier genau richtig mit dem Hashtag BigMonster. Und ja, es hat auch ein ganz schönes Gewicht, das Ganze, muss man auch sagen. Klar, die Plättchen sind ja auch dick und deswegen wiegen einiges. Es ist dicke Pappe, ja. Es ist dicke Pappe. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht habt, dann schaut es euch mal genauer an und ja, oder gewinnt es jetzt hier. Viel Erfolg. Ja, dann bin ich jetzt mal auf deine Platz vier gespannt. Ja, auf meinen vierten Platz habe ich ein Spiel, da haben wir eine große Box. Eigentlich haben wir dann auch noch ein, zwei weitere Boxen. Wie viele haben wir davon noch? Noch zwei weitere Boxen. Aber wir haben jetzt ja, in Vertretung dafür haben wir jetzt die große Box hier stehen. Und ja, Die Insel der Katzen ist ein schönes Spiel. Ist auch ein Spiel, ja, ein bis vier Personen spielbar in der Basisversion. Und was ich jetzt hier schön finde bei dem Spiel, was Besondere ist, wir haben quasi ein Spiel, aber wir haben zwei Spiele. Wir haben also einmal ein für Fortgeschrittenen und einmal wir haben ein Basisspiel, was halt gut für Familien spielbar ist. Das heißt, wir können es halt einfach spielen oder schwerer spielen. Das heißt, immer je nachdem, was für einen Besuch man gerade hat, mit wem man es spielen möchte, kann man das dementsprechend anpassen. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil man hat ja immer nicht immer nur viel Spieler zu Besuch, sondern manchmal hat man ja auch Familie oder wenig Spieler zu Besuch. Und dann kann man das Spiel trotzdem auf den Tisch packen und neugierig machen, die Leute auf jeden Fall. Ja, ist ein Puzzlespiel und ja, mit ganz süßen Katzen. Katzen sind ja, gehen ja eigentlich immer, Katzen sind immer süß. Und was ich hier auch wieder schön finde, da kommt wieder, das Draften kommt wieder vor. Also diesmal Karten, wir draften Karten und die sind schon ziemlich knackig manchmal. Manchmal sind sie gut, man schafft sie, manchmal verpuzzelt man sich, aber man setzt auf die falschen Karten, kann auch passieren. Und ja, mir gefällt das Ganze. Von der Grafik her sieht es auch sehr schön aus. Ja, wir haben kleine Holzkatzen. Wir haben kleine Holzkatzen, genau. Und ja, also mir gefällt es, ich puzzle es gerne mit und deswegen ist das bei mir auf dem vierten Platz gelandet. Ja, schöne Wahl, kann ich verstehen. Ich werde danach zu etwas später sagen, wir werden es bestimmt nämlich nochmal wiedersehen. Aha, du tust schon wieder spoilern hier. Ja, dann kommen wir doch zu wessen dritten Platz. Ich glaube, da können wir beide, sehe ich gerade lustigerweise, dann zusammen über ein Spiel sprechen. Ja, genau. Wir haben einen Platz, beide auf den dritten Platz. Denn wie auch bisher immer, wir haben jeder für sich eine Liste erstellt und jetzt erst sehen wir gemeinsam, welcher Titel denn bei wem auf welchem Platz ist. Genau, ja. Deswegen haben wir hier eine gemeinsame Platzierung, Hannibas. Genau, ein neuer Titel, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt. Zu zweit haben wir ihn aber bis jetzt nur gespielt, leider. Ist ja für ein bis vier Personen spielbar. Da gibt es auch verschiedene Variationen, die man spielen kann. Wir haben es jetzt nur die einfache Variation gespielt. Wir haben die Basisversion gespielt, wo quasi diese Nektarplättchen offen sind. Genau. Und dann gibt es bei der fortgeschrittenen Variationen die Möglichkeit, dass die alle halt mit der Rückseite verdeckt sind. Und das ist dann so ein bisschen der Memory-Effekt. Das heißt, normalerweise darf ich, wenn ich halt, es ist im Kern ein Plättchenlege-Mechanismus. Wir legen nämlich Wabenplättchen zusammen. Und immer wenn ich eine Honigwabe umschlossen habe, dass ich ein freies Loch in dem Spielfeld habe, dann darf ich nämlich eine Sammelbiene aktivieren, die für mich Nektar sammelt. Genau. Und man muss schneller sein als die anderen, je nachdem, welche Aufgaben da ausliegen. Und bei dieser fortgeschrittenen Variante, die ich mir sehr witzig vorstelle, auf dem sie tatsächlich noch nicht gespielt haben. Nein, die haben wir noch nicht gespielt. Darf ich halt so eine Plättchen anfliegen, gucke dann drunter, passt es rein zufällig, dann wirklich kann ich das direkt auch einbauen, einpuzzeln, dass ich damit später Honig produzieren kann. Um den geht es nämlich hier. Hätte das gedacht. Ja. Und wenn ich das nicht schaffe, ja, dann habe ich Pech gehabt, muss das Plättchen zurücklegen, kriege ich als Trostpflaster halt eine Polle, also Kunststoffwürfelchen ist das. Und dann muss ich später weitersuchen und vielleicht kann ich mir sogar deswegen Memory vielleicht die Sache merken, wenn ich später vielleicht dann auf das nächste freie Honig-Werbchen-Puzzle, dass ich das dann so puzzelt, dass ich dann da vielleicht wieder zurückfliegen kann. Ja. Möchte ich gerne auch nochmal ausprobieren. Ja, werden wir auch auf jeden Fall ausprobieren. Auch den Solo-Modus möchte ich gerne ausprobieren. Aber es ist schon bei mir auf den dritten Platz, auch mit den wenigen Partien gekommen, einfach, ja, das Spiel hat, einmal fangen wir doch mal an mit dem Design. Es hat ein sehr liebevolles Design, muss man sagen. Ja. Ja, die Bienchen, die summen da rum. Man fühlt sich ja wirklich... Holzbienen. Ja, Holzbienen, das ist doch das Wichtige. Man fühlt sich wirklich da versetzt in diese Fantasy-Landschaft, die ja gleichzeitig aber auch realistisch ist durch dieses Thema. Bienen sammeln Honig und man verkauft es auf dem Markt. Gut, es ist natürlich, wir haben natürlich nicht die gleichen Tiere hier, aber es ist halt, irgendwie fühlt man sich schon dann irgendwie da verbunden mit diesem Honig und auf dem Markt verkaufen. Wir kaufen unseren Honig auch meistens auf dem Markt und da erkennen wir das. Und auch, dass man verschiedene Honigsorten hat und so. Also, das Film war total liebevoll gemacht. Auch das Thema ist doch sehr schön. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein wichtiges Thema, wenn man überlegt, also die Bienen haben es sehr schwer in der heutigen Menschenwelt. Und ja, finde ich auf jeden Fall klasse gemacht. Vom Material her, hier Holzbienchen hast du gesagt. Dann haben wir dann auch die verschiedenen Pollen und die Nektare. Das ist dann auch, das ist alles was anderes. Der Honig selber ist anders. Der Honig, das wollte ich gerade erwähnen. Denn wir haben hier wirklich Honig, der ist durchsichtig in Form von, das fühlt sich wirklich an wie Gummibärchen. Durchsichtig ist nicht, das ist wie so ein Gummibärchen. Es fühlt sich an wie Gummibärchen. Genau, ich habe am Anfang gedacht, kann man das essen. Also, wenn ihr vier verschiedene Honigsorten hier habt, die sind alle anders aus, andere Farben, andere Formen und die sehen wirklich aus wie Gummibärchen. Sie sind also auch leicht weich und lassen sich leicht eindrücken. Es fühlt sich an, wirklich wie so ein hartes Weingummi. Deswegen da vielleicht wirklich, wie du schon sagst, nicht dran lutschen, nicht drauf rumkauen. Das ist nicht essbar, aber es fühlt sich echt schön an und sieht auch toll aus vom Material. Genau, und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein schönes Familienspiel ist. Ab zehn Jahre kann man das schon erstarten. Vor allem dann auch die einfache Variation, die wir hier auch gespielt haben. Ist auf jeden Fall ein schönes Thema, was schön auf dem Tisch auch aussieht. Ja, das ist jetzt unser dritter Platz gewesen. Ja, kurze Ergänzung hierzu. Auch hier, was mir gut gefällt ist, ist, wir haben hier schon ein Inlay auch mit drin, wo wirklich alles seinen Platz findet auch tatsächlich. Und das ist heutzutage ja auch nicht mehr ganz so oft da. Deswegen, schönes Spiel. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir unseren dritten Platz gekürt. Und ja, jetzt finde ich auch ganz interessant, wenn ich mir jetzt anschaue, was bei dir auf dem zweiten Platz ist und was auch bei mir auf dem zweiten Platz ist. Wer soll jeweils anfangen? Dann sag du vielleicht deinen zuerst, weil den Titel habe ich ja schon vorher mal benannt. Ist ein bisschen länger her. Ja, genau. Bei mir nämlich auf den zweiten Platz gekommen ist in der Halle des Bergkönigs. Schön, freu ich mich. Ist ein Titel. Ja, der eine oder andere, der weiß vielleicht, ja, ich sag mal so, Titel, die Zwerge, Trolle, was auch immer in der Richtung beinhaltet. Vielleicht ein schönes, dunkles Cover haben. Die tun es mir sowieso sehr, sehr an, sag ich mal. Sieht nicht nur schön dekorativ im Schrank aus. Nein, ich mag es auch auf dem Tisch spielen. Wenn das nicht zu lieblich ist, will ich es mal so ausdrücken. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel Hannibas auf dem dritten Platz gewählt habe. Und in der Halle des Bergkönigs hat ein bisschen auch mit dem persönlichen Geschmackssinn zu tun. Weil Hannibas ist natürlich süß und lieblich und so, aber... Du magst eher dunkel und böse. Ich mag lieber dunkel und böse. Genau. Ja, so ist es aber so. Und ja, deswegen ist einer der Gründe, warum Halle der Bergkönig bei mir natürlich dann auf den zweiten Platz gekommen ist. Was ich persönlich am ein Minuspunkt aber geben müsste, quasi beim Halle des Bergkönigs, ist meine persönliche Empfindung bei der Spieleanzahl. So haben wir es noch nicht gespielt. Wir haben es zu zweit und zu dritt gespielt. Und zu dritt haben wir es auch in zwei Variationen gespielt. Wir haben es gegeneinander und wir haben es aber auch zusammengespielt. Und ich persönlich finde in der Halle des Bergkönigs, man kann es kooperativ spielen. Ist aber, wenn ich ein kooperatives Spiel spielen wollen würde, nicht ein Spiel, was ich zuerst bevorzugen würde. Ja, okay. Also es ist für mich eher doch ein Spiel, was ich gegeneinander spielen möchte. Da habe ich doch eher so den Ansporn, gegenseitig dann die Trolle wegzunehmen. Und das finde ich dann schon sehr interessant und macht dann mir ein bisschen mehr Spaß. Halt ein bisschen ärgern sich gegenseitig auch. Das unterschreibe ich. Ich denke mir tatsächlich, das hatte ich ja vorhin ja schon bei meiner Platzierung gesagt, ich denke, dieses kooperative Thema finde ich zum Beispiel sehr schön, wenn man es zu zweit spielen würde. Ja, oder wenn man es jemandem erst mal beibringen möchte. Oder beibringen möchte, ja. Wobei es ja schon ein paar leichte Regelabweichungen gibt. Ja. Aber grundsätzlich, ja, schöne Platzierung. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt mein zweiter Platz. Du hast ja schon genug dazu gesagt, da brauche ich dazu nicht mehr viel sagen. Ja, meine Platz zwei ist ein Platz, den du schon hattest. Also ein Spiel, den du schon auf einem anderen Platz hattest. Jetzt hole ich schon mal die dicke Kiste hier rüber. Genau. Es ist tatsächlich bei mir auf Platz zwei die Insel der Katzen gelandet. Das ist mir auch nicht schwer gefallen, wollte ich gerade sagen, die Platzierung sofort relativ weit oben anzusetzen. All die, weil ich einfach auch dieses Puzzle spielen mag mit dem Thema jetzt hier sogar, dass wir Katzen dabei haben. Thematisch haben wir ein nettes, süßes Thema dahinter. Wir retten die Katzen halt von einer Insel. Jeder hat sein eigenes Tableau in Form eines Schiffes. Wir haben Körbchen. Und was du schon vorhin gesagt hast, wir können es halt in der Familienversion spielen, wo es im Kern wirklich nur um das Katzenpuzzeln geht, was wir auch in der Familie gespielt haben und sehr gut funktioniert, wenn man mit wenig Spielern spielt. Das hat also auch den wenig Spielern wirklich Spaß gemacht. Genau. Und dann haben wir es natürlich sehr gerne. Und so würde ich es persönlich, wenn ich die Wahl habe, am liebsten spielen in der normalen Version, also mit dem, was du so sagst, mit dem Drafting vorweg, der Karten. Denn durch die Karten haben wir halt die Situation, dass wir mit den Karten zum einen die Körbchen bekommen können, die du angesprochen hast, weil wir müssen die Katzen einfangen. Der Clou dabei ist der, dass wir quasi jede Runde 20 Fische bekommen. Mit den Fischen muss ich aber A, die Karten bezahlen. Jede Karte hat einen Wert, den ich bezahlen muss. Ich muss aber auch gleichzeitig Fische reservieren, weil ich muss ja die Katzen irgendwie von der Insel locken. Das ist auf der linken Seite, die Katzen wollen drei Fische, auf der rechten Seite, die wollen fünf Fische haben. Genau. So, dass ich da also auch dann schon ein bisschen Ressourcenmanagement mit drin habe, dass ich wirklich mit den Fischen haushalten muss. Und da kann man aber auch wieder sich gegenseitig ärgern, wenn man sieht, jemand geht auf eine bestimmte Katze, dann kann man die eben auch wegschnappen. Das geht natürlich auch, wenn es dann tatsächlich dann vielleicht so eine Katze ist, die ich bei mir einpuzzeln kann, weil ich sie selber brauche, umso besser. Oder eben halt, ja, ich muss sie ja dann, aber auch wenn ich sie jetzt nur jemanden wegnehme, muss ich sie ja trotzdem bei mir auf meinem Schiff verpuzzeln. Ja, ja. Deswegen, also ich mag dieses Spiel tatsächlich total. Und man merkt also auch den Leuten an, die das Spiel gemacht haben, sehr viel Liebe auch mit reingesteckt haben. Ich denke an den Deckel zum Beispiel, wenn wir vorne den Deckel abnehmen, haben wir den bitte eine quasi Zielscheibe. Ja, können wir ja mal zeigen. Können Sie auch kurz zeigen. Da kann man dann seine Katze reinsetzen. Tatsächlich eben halt, wir können dann hier, man sieht es ja hier, Aufbau, Platz für die Katze. Platziere deine Katze hier, während du die Insel der Katzen spielst. Wir wissen ja, Katzen mögen, haben Fable für Kisten und Kartons. Ja. Also das fand ich sehr schön. Und vor allem, das ist mir so gar nicht bewusst geworden, ich weiß gar nicht, wo ich das herbe. Das habe ich, glaube ich, irgendwo mal im Netz gelesen, in einem Forum zu dem Spiel. Wenn man jetzt mal den englischen Titel nimmt, wie Isle of Cats, und den Titel schnell spricht, Isle of Cats, Isle of Cats. Also da ist dieses Wortspiel ein bisschen mit drin, dass man Katzen mag. Und ja, um die geht es ja letztendlich hier gerade tatsächlich. Deswegen hier, meine Platz zwei. Schöne Platzierung. Jetzt haben wir den Deckel gerade verkehrt, darum machen wir nachher. Machen wir hinterher. Bevor wir zum nächsten Titel kommen, haben wir hier einen schweren Kasten. Ja. Das Nummern-Bird ist wieder sehr schwer beladen. Also hier einmal Insel der Katzen, die Grundbox. Und wir sehen hier auch, und das ist jetzt die Neuauflage, da haben wir jetzt an der Seite, das haben wir bei uns gar nicht draufstehen. Hier steht es auch noch mal. Ja, man sieht es dann auch. Also wir haben hier, das ist beidseitig, eine Änderung, dass wirklich draufsteht, Standardspiel, ein bis vier Spieler, 60 bis 90 Minuten ab zwölf Jahre. Und Familienvariante, zwei bis vier Spieler, 30 bis 60 Minuten ab acht Jahre. Also hier hat man es jetzt auch draufgeschrieben. Finde ich auch einen guten Hinweis. Gerade denke ich mal, wenn jemand gar nicht weiß und vor diesem Kasten steht und gar nicht weiß, ist das jetzt was für mich oder nicht, finde ich diesen Hinweis auf jeden Fall sehr gut. Weil das eigentlich, ja, es beinhaltet ja zwei Spiele, wie wir gerade gesagt haben. Und dieses Spiel ist, ja, zu gewinnen mit Hashtag Insel der Katzen. An der Stelle vielleicht zu erwähnen, wenn euch das Spiel richtig gut gefällt, könnt ihr natürlich dann über die diversen Online-Shops oder bei Skellig Games euch auch dann mal über die Erweiterung schlau machen. Genau. Wir hatten, du hast es angesprochen, zwei gab es ja schon. Das Kickstart, aber die eine bringt dann statt Papptokens für die Fische zum Beispiel Holzfische. Sehr schön, genau. Und was ich persönlich total toll finde. Ich auch, ja. Die andere Erweiterung bringt dann noch mal ein paar andere Katzenformen mit, also die Formen selber zum Puzzlen und es sind dann da zum Beispiel auch, ist dann noch ein Board für den, wenn ich mich richtig entsinne, für den fünften Spieler mit drin. Ja, genau. Es gibt dann auch, genau das haben wir auch noch und dann gibt es aber mittlerweile eine weitere Erweiterung, die wir nicht haben. Die wir nicht haben. Da geht es um kleine Ketten, da geht es um kleine Kätzchen. Was die Erweiterung macht, wissen wir leider selber nicht. Das wissen wir nicht. So, dann kommen wir jetzt auf zu unserem ersten Platz. Wer fängt an? Wir haben gemeinsam den ersten Platz. Das ist, glaube ich, das erste Mal in unserer Reihe, dass wir jetzt hier zweimal einen Titel jeweils auf dem gleichen Platz haben. Ja, genau. Also das ist schon sehr interessant. Ja, dann hol das Spiel mal her. Es ist Buch geworden. Genau, eine Neuerscheinung und ich sehe gerade, der Deckel ist falsch drauf, aber das macht nicht. wer möchte anfangen? Ich fange an. Ich fange an. Jetzt hat man den Deckel richtig und dann fängst du an. Ja, also was bei mir, der eine oder andere hat es vielleicht bei mir schon rausgehört. Also in den letzten Top-Platzierungen von den anderen Verlagen oder so oder gerade wo ich es auch in der Hallen des Bergkönigs, wo ich es gesagt habe, ich mag halt kleine Ärger-Spiele. Auch wenn ich oftmals das Opfer bin, irgendwie, das passiert leider viel zu schnell, weil ich glaube, ich habe eine viel zu große Klappe manchmal am Spieltisch. Ja. Ich provoziere es vielleicht ein bisschen selber, aber ich meine, es macht Spaß. Ich finde das ganz witzig und ich finde, sowas macht halt einen Spielabend auch ein bisschen würziger. Vor allem, wenn es dann die richtigen Leute sind, wo man dann auch wirklich sich gegenseitig piesacken kann, macht das richtig Spaß. Und ja, das ist halt auch so ein kleines, gemeines Spiel, will ich es mal so nennen. und ich weiß noch, eine Partie, wo ich gedacht habe, ja, ich habe es, ich habe es alles, wie man so schön sagt, ich habe das Spiel im Sack, das ist mein Spiel, ich gewinne. Wurde mir das dann doch malig gemacht, noch so richtig. Ich habe halt einfach mein Feuer zu schnell verpufft, sage ich mal, habe zu früh angegriffen, war vielleicht ein Fehler. Taktisch war es ganz gut, denke ich mal, aber es war halt zu früh, hast du ja auch schon gedacht gehabt. Und ja, aber ich erzähle jetzt schon so von meinen Spielerfahrungen, von meinem Spielgefühl. Ich will ja erst mal was zum Spiel selbst sagen, zu dem Material. Material ist eigentlich ganz lieb gezeichnet. Also wenn man jetzt nicht genau wüsste, dass es auch ein Ärgerspiel ist, denkt man erst mal, ach ja, süß und mit Tieren. Ein bisschen so Anime oder so, so ein bisschen asiatisch angehaucht, mit großen Kulleraugen. Genau, mit großen Kulleraugen. Ich vergleiche es immer, die Tiere, die haben so ein bisschen so einen Wolpertinger-Style. Der eine oder andere wird damit auch was anfangen können mit diesem Begriff. Der Hase mit dem Hirschgeweig. So und ja, auf jeden Fall ist total süß, aber da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Was ich auch bei dem Spiel positiv finde, ist, es ist ein kleines, übersichtliches Spielmaterial. Ja, wir brauchen nicht ganz so viel Platz. Finde ich auch ganz positiv. Gerade wenn man vielleicht dann doch mal unterwegs ist und so ist das vielleicht auch ein Spiel, was man mitnehmen könnte. Es passt zwar nicht in die Handtasche, aber es passt auf jeden Fall in den Reisekoffer. Und man kann das auch auf einen kleineren Tisch spielen. Man muss jetzt nicht den riesengroßen Tisch dafür haben. Dann, ja, es ist eigentlich auch wieder ein Würfelspiel. Aber wir können ja den Würfel variieren. Wir können, wenn wir die Würfel gewürfelt haben, wir sind nicht zufrieden damit, dann können wir halt, es gibt durch verschiedene Mechaniken, können wir halt den Wurf halt wieder verbessern. Oder wir können halt die Würfel, die wir eingesetzt haben, wir setzen ja Würfel bei dem Spiel ein, kann man da doch hier und da noch ein bisschen was ändern. Oder ja, Plan B hat man immer, weil es gibt ja noch in der Mitte ein Tableau, das man notfalls nutzen kann, wenn man die Landschaften nicht nimmt. Genau, ne? Also da ist es sehr viel Varianz ist da schon drin. Und, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, da auch die Ressourcen dann zu sammeln. Man muss natürlich genau überlegen, welche Ressourcen brauche ich, welche Karten möchte ich mir vielleicht dann oder Tränke möchte ich mir dann dadurch erkaufen. Und das macht schon Spaß, ne? Mit dem Zähmen der Tiere. Man zähmt also durch Karten Zähmen Tiere. Genau, jetzt hast du schon zwei Mechanismen, die hier drin sind, schon angesprochen, wenn du dran bist. Du hast auch schon gesagt, du setzt Würfel ein. Wo setze ich die Würfel ein? Da vielleicht noch das zur Ergänzung. Wir haben nämlich Waldkarten. Thematisch ist nämlich hier die Welt aus den Fugen geraten. Alle vier Jahreszeiten können durchaus auf einer Waldkarte gemeinsam sein. Und dort haben wir durch das Würfel einsetzen, was du ansprichst, haben wir Area Control am Ende der Runde. Wir gucken nämlich dann, welcher Wald hat, wie viele Würfel von welchem Spieler da drin. und der, die die Mehrheit hat, gewinnt den Wald für sich, was am Ende des Spiels Siegpunkte ist. Um die geht es nämlich hier. Genau. Und wenn ich später sogar die Tiere, die du angesprochen hast, ich darf einmal pro Runde einen Trank brauen, eventuell einen Trank trinken und ich darf, wenn ich den Würfel da entsprechend einsetze, auch bis zu drei Tiere trainieren. Wenn ich die später frei lasse, dann kann ich die Tiere sogar nochmal dann statt einen Siegpunkt Sondersiegpunkte kriegen, wenn sie sich dann in einem Wald befinden, der zu ihrer Jahreszeit passt. Genau. Also da gibt es schon taktische Überlegungen mit drin. Und was mir hierbei auch sehr gut gefällt, ist im Halb tatsächlich vom Mechanismus her, du hast das zentrale Tableau angesprochen, thematisch ist das das Dorf, wo wir nämlich dann tagsüber andere Sachen erfüllen können mit unseren Würfeln, die wir einsetzen, als nachts, weil am Ende der Runde wird einmal das Tableau umgedreht und wir haben auf einmal sogar auch einen Tag- und eine Nachtphase da mit drin. Das fühlt sich mir sehr witzig an. Man kann es in zwei Versionen auch sogar spielen. Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Das ist, finde ich, also auch sehr schön. Es ist ein einstiegsfreundliches Spiel, weil man halt wirklich erstmal in der ersten Version spielt man halt ohne Charaktereigenschaften, die sonst bei der zweiten Version hat man halt noch diese Charaktereigenschaften, dass jeder eine andere Fähigkeit noch hat. Leicht asymmetrisch. Genau, und das finde ich eigentlich auch bei dem Spiel wieder gut, dass man halt gut reinfindet und auch da Leute mitnehmen kann, die vielleicht nicht so sehr mit Rollenspielen oder so sich auskämmen zum Beispiel, die halt einfach erst mal ein Spiel erkunden wollen und danach kann man halt dann noch den zweiten Step mit den Leuten, dann halt die Variation mit der Charaktereigenschaften spielen. Finde ich auf jeden Fall gut, um in das Spiel reinzukommen. Ja, das Material selber ist alles, finde ich, fühlt sich sehr haptisch, sehr gut an. Die Würfel sind alle geprägt. Das muss man vielleicht erwähnen. Jeder hat einen eigenen Satz, Würfel passen zu seiner Spielfigur und gibt es noch zwei Elementarwürfel, die halt noch einen anderen Mechanismus mit reinbringen. Das zu den Würfeln, weiterhin muss ich sagen, gefallen mir aber auch die sonstigen Komponenten sehr gut. Die Karten sind alle schön gezeichnet, auch von der Qualität, finde ich, fühlen sie sich auch gut an, wenn man sie in der Hand hat. Ansonsten, die Tokens sind alle dicke Pappe, da kann man auch nichts gegen sagen. Und alles in allem, finde ich, das ist ein richtig schönes Spiel, auch von Material von der Haptik her. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall auch, auch vom Material her. Und ja, deswegen ist das halt auch auf unsere, ja, auf den ersten Platz gekommen. Und wir sind natürlich gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und so noch entwickeln wird. Wir sind natürlich hier und da auch noch neugierig und werden auch natürlich auch das eine oder andere Spiel nochmal auf den Tisch bringen, in den Variationen, wie wir es noch nicht gespielt haben, zum Beispiel Halle des Bergkönigs als Solo-Variante und so. Und mal schauen, ob sich unsere Platzierung dann in der nächsten Zeit ändert. Spätestens nächstes Jahr machen wir vielleicht eine neue Platzierung, aber keine Platz 5, wir machen dann eine Platz 10. Und ja, aber heute war das unser erster Platz. Ja. Damit haben wir, wie gesagt, zwei Titel gemeinsam auf einem Platz. Ja, sehr schön. So, und bevor ihr jetzt abschaltet, hallo, hier gibt es nochmal das Nummern-Girl, hat nochmal was dabei und ja, Skellig Games hat uns auch dieses Spiel zur Verfügung, zur Verlosung gegeben. In der Stelle herzlichen Dank natürlich. Genau, herzlichen Dank. Und ja, ihr könnt das natürlich gewinnen, wenn ihr Brew bitte als Hashtag in die Kommentare schreibt. Es interessiert uns natürlich auch, ob ihr die Spiele alle schon mal gespielt habt. Das schreibt bitte auch gerne mal mit dazu und vielleicht auch, was eure Platzierung ist, wenn ihr die Spiele schon kennt. Und ja, auf jeden Fall wünschen wir viel Erfolg bei, ja, beim späteren, bei der Verlosung. Die wird ja, ja, am 14. Ist ja schon bald. Wir haben ja schon, ja, am Dienstag ist es soweit. Da wird es schon verlos in einer großen Verlosung live auf YouTube. Und wir sind gespannt. 19 Uhr soll es losgehen. Wir hoffen, dass die Technik klappt. Da gehen wir erstmal von aus. Genau, wir gehen davon aus, dass es alles so klappt, wie es sollte. Aber ja, haltet das auf jeden Fall im Auge und guckt dann rein. Und vorher gibt es natürlich das ein oder andere Video noch von uns. Wir sind natürlich nicht am Ende mit unserer Liste. Ein paar Verlage kommen noch. Es kommen noch so einige und noch ein anderes Video, aber das mehr verraten wir noch nicht. Das werdet ihr sehen, wenn es in eurer, ja, in eurer Abo-Box aufploppt. Und ja, das war es für heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Und ach, bevor wir es vergessen bei den ganzen AGBs, beim Verlosen natürlich, müsst ihr natürlich, ja, das Ganze ist natürlich, hat nichts mit YouTube dazu. Richtig. Das haben wir vorhin vergessen noch zu sagen. Aber das ist ja natürlich, das steht auch unten in den AGBs drin. Aber sicher ist sicher und deswegen sagen wir es hier auch nochmal. Ja, das war es für heute. Wir sagen tschüss, die HAUSIS, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Alt, stopp, bevor ihr ausschaltet. Hier haben wir noch zwei Playlists. Einmal haben wir hier oben. Da oben die Playlist mit den bereits anderen Verlagstopp-Videos. Schaut also da auf jeden Fall auch nochmal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt. Genau. Und hier unten haben wir auf jeden Fall noch, ja, ein Video, was der Algorithmus vorschlägt. Und ja, schaut einfach mal rein, wenn ihr die Videos noch nicht kennt. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In diesem Video zeigen wir euch unsere 5... In diesem Video zeigen wir euch eure... Eure Top 5, die wir nicht kennen. Wir spielen Orakel. Da fliegt wieder so eine doofe Fliege rum. Das war der Grund, dass du dich versprochen hast. Nein, du sagst nicht, wenn mein Mund kommt. Das sind Proteine. In diesem Video zeigen wir euch in diesem Video zeigen wir euch unsere Top 5... Fliege. Ja, wie immer einmal obligatorisch. Es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Es ist natürlich wieder eine Kombination von einer Top-Liste und einer Gewinnliste. Einer, was? Nochmal, nochmal. Warte.